Eine größere Linie, da bewegt sich was. Die kommen, oder? Die kommen. Nein, 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 warte, das sind die Skirmishers. Ah, okay. Sind die Scouts mittlerweile hinter uns von uns? Scouts da? Ja. Ja, da ist einer, eins hier, Ruslo. Gehen zwischen den Rücken sollen hier. Fahne ist hier unten, Harris, die kommen. Das ist eine Linie. Ja, unten haben wir auch noch eine fettere Linie. Kräftig wird. Wo soll man hin? Hier hin? Hier gucken? Ja, in die Mitte gucken, in den mittleren Punkt gucken, sodass ich halt ein gutes Sichtfeld habe. Nach dem Baum ist ein Zuger. Die Südwest-Einheit. Take aim. Südosten, Osten, links von dem Baum. Take aim. Da bewegt sich was im Süd. Rise up. Rise up. Aris. Hier, 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 Milo. beim herrenhaus geht gerade eine blaue einheit nach links hinter dem herrenhaus vorbei die müssten gleich links auftauchen ja die werden links pushen sind sie wieder zurück oder sind stehen geblieben ja ja die sind links sind sie jetzt zurückgefallen druck dran was wir im drill gemacht haben erst aim dann tüftet mal mehr nach rechts kommt mal zu mir ja die einheit geht jetzt wieder nach rechts ja die versuchen und ist eine einheit die zieht zurück ja musste auch die wollten uns rauslocken damit die große einheit von dem hügel da oben schießen kann tiberius schießt mal lieber nicht sonst schießen die auf uns weil die da in rauch sehen ja da bewegt sich jetzt was kommt die große linie bewegt sich macht euch mal bereit rise up rise up double quick forward march the double forward charge me und das auch fordixi back and ball harris südwest wir müssen ja weiter töten kommt 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 das können wir ausschießen das können wir ausschießen ja die fallen der union gesehen wir müssen weiter schießen ist das nicht schlimm die florida ist auch da kommt florida companies loose formation hier an den zwei häusern aufstellen ihr feiert wohl auf den zum nachladen hinter die häuser zahlst den die dreckigen das dürfen doch nicht nehmen die meisten im punkt bereuen weiterfeuern kommt keine pferde schießt sie in den rücken wenn sie abkommt schießt sie zu kribbeln neue lege fertig versteckt euch schon und weitergeben kommt 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 schön wir sind in Deckung und wir nicht sich da kippen Kippen seitens aufhalten die 2 Fahnen viel mehr zielen buah und die anderen sind viel mehr zielen da kommt noch mehr Union zum freiwillen ja und unten Yankees es ist da nachleifend schön hinter das Haus lasst euch nicht dünn runter stehen ganz viele die flagge geht durch sehr schön links ist gut wenn wir nachschießen nachsetzen nachsetzen wir sollen runter dann schießen in den rücken kommt macht sie weiter und sie ist feier haben wir irgendwie Verluste eigentlich gehabt 1 oder 2 1 2 ja in zu line agai linke Flanke linke Flanke linke Flanke linke Flanke weiter feuern links Achtung im Futsch Südost nach Südost ausfeuern r r r er ist weiter nach südost südost linie sie ist feier sie ist feier sie ist feier right face right at the double at the double komm mit weiter 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 hold fire drill oh den defender ich muss erstmal laden jetzt hast du Zeit zum laden erste Aufstieg dann nach laden Blizzard du stehst voll alleine da sauber wir bleiben ungefähr hier stehen da kommt noch ein Affen da kommt was da kommt was südwest südwest südost 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 kommt fire drill indefendant wir kommen angerannt weg vom Zaun zu in charge bei und verteidigen lasst sie kommen genau sie kommen zurück 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 bleibt weg vom Zaun lasst sie kommen abstand abstand vom Zaun da kommt einer von rechts geいた schick unter 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 schick und wieder zu Zum Hau, boi! Stay down! Where you at, boi? Come on! Where you run? Stay down! Ja, das war das. Ah, saubere Karte, Jungs. Sehr, sehr schön. So richtig ins Spitzenzimmer nie geraten, oder? Ging also. Manchmal hat uns gut in die Hände gespielt.